Wo wir jetzt sind. Es gibt, glaube ich, dieses Jahr kein Raps. Der Raps ist nicht gelb. Mimi, es ist viel zu früh für Raps, also keinen rapsischen, gelben Raps irgendwie so. Warten, oh, oh. Oh, ich muss mal auf die Brille, durch die Brille gucken. Wählt es Danau, Stadt Oldenburg in Holzstuhl. Ach so, das meint sie gerade. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da ist das Fähnchen. Wir sind also sozusagen ziemlich gleich da. Warte ich eigentlich nur, wie sagt Raps und so, ist dies ja nicht. Mimi, oh, ist natürlich blöd, wenn man hier auf den fliegt. Aber Schafe gibt es und Lämmer, ja, Zeit lang, die haben Ostern überstanden, die kleinen Lämmer. Kannst du das drücken, wir sind gleich da. Ja, also denn, bis so ziemlich demnächst nochmal. Ja, warte mal, wir sind fast da. Was, sagt das nochmal? Warte mal, wir sind fast da, die wollen ziehen, wenn wir da fahren. Komm jetzt. Meinst du, die wollen das sehen? Ich bin mir nicht sicher, ob die das sehen wollen. Ja, aber du bist doch noch gar nicht, nicht mal in der Nähe. Doch. Nein, kick doch mal. Doch, doch, doch. Oh, kick mal, der Fahrradfahrer ist um letztes Jahr hier vorbei, wir vernetet mal ihn an kurzen Hosen. Klein Wessek. Nee, wir sind immer noch nicht da, das dauert noch ein Stück. Doch. Ich sag dir, das dauert noch ein bisschen. Doch, doch, doch. Nö, nö, nö. Wenn übrigens der Ton mal so zwischendurch weg ist, dann ist das Facebook. Die lassen bei Live-Videos oft ja keine Musik zu, außer man quatscht sich den Mund fusselig. Ähm, dann sind wir eben weg. Also, wenn ich mich recht entsinne, war hier letztes Jahr Raps. So, jetzt ist Wiese, grün. Richtig grün. Ja. Ey, also, wenn eine Frau sagt, wir sind jetzt gleich da. Wir sind fast da, wir sind fast da, guck mal, Sigmar Parkplatz. Guck mal, guck mal. Wieso mal einen Parkplatz? Ach so, das Navi sagt, wir sollen jetzt einen Parkplatz suchen. Ich glaube, das wird ein bisschen langweilig für euch. Wir melden uns gleich nochmal. Sie sagt, ich soll warten. Ich meine, so eine Straße ist nicht so aufregend, wisst du? Auch wenn coole Musik im Hintergrund ist. Guck mal, ich war 80 in der 50. Du fährst 80 in der 50er-Zone und das ist aufregend. Uh, aufregend. Ah! Guck mal, hier, komm. Look, look. Andy, du musst fahren, du sollst hier nicht Videoregie machen, du sollst vernünftig fahren. Da, da. Echt? Ist das schon? Ja. Ey, wir haben so viel... Es ist die Campingplätze, es ist die Campingplätze. Da, Weißenhäuser Strand, so. Da, da, guck mal, was hab ich gesagt? Wir sind fast da, wir sind fast da. Da wird jeder Parkplatz gefeiert, ey. Könnt ihr euch das vorstellen? Geil. So. Ja, recht hat sie. Here it comes, here it comes, here it comes, here it comes. There it is. Bam! Ja, da, die Information. Also, auch wenn ich jetzt schon ein paar Mal gesagt hab, wir sind jetzt da. Siegstrasse 1, guck mal. Wer hätte das gedacht? Wir sind zuerst da. Wir sind jetzt weiter, oder was? Ja. Okay, die Rezeption ist noch da, wo sie früher war, die Mülleimer stehen auch noch da. Alle, ich geh jetzt offline auf, wenn meine Frau das nicht will. Bis später. Eingang.